Yeah, es werden wieder Mettler gefehlt, es ist schon wieder viel zu lange her. Du stehst in deinem Garten in erwärmlicher Pose und zeigst der Welt ein Beispiel für ne ernste Fimose. Also wartest du auf Nachschub deines Rebellieferanten doch, heute bekommst du eine Dins von diesem Hater Diener Dank. Ja Überraschung, heute gibt es keine billig grüner Pizza, sondern links und rechts Paschellen für dich richtig blöden Wichser und die sind schwer zu verdauen. Wie dein Pferd nicht fass von Amazon und weitaus intensiver als du Pferde magst du Bastardsohn. Weiß die Presse auf, du wirst mit Spielwaffen im Stream, Junge, du wirst doch sogar von deinem eigenen Briefkasten besiegt, wirst von deinen eigenen fetten Gliedmaßen besiegt, bis du deine schweren Verletzungen auf der Spielstraße erliegst. Du träumst deinen Traum von erfolgreichen Jahren, aber bleibst seit deines Lebens ein Vollzeitversager und deine Let's Plays haben unter tausend Views, aber was das witzig wär? A Gumba auf ein Buch. Ein Jahr älter als das Jahr, drei Dekaden nicht gepaart. Ich sag's dir nochmal, du bist dumm, faul und hässlich, deswegen wirst du dumme Sau als Jungfrau verrecken. Ein Jahr älter als das Jahr, drei Dekaden nicht gepaart. Ich sag's dir nochmal, du bist dumm, faul und hässlich, deswegen wirst du dumme Sau als Jungfrau verrecken. In deinen Videos schürst du immer wieder mal Ausländerhass, deshalb komm ich mit Asiaten zum Altschauerberg 8. Werf sie in dein Zimmer, wo du beim Hardcore ohne Nieren infiziert wirst mit Super-Aids und Corona-Viren. Wenn dir ein dämlicher Drachi den dritten Döner Teller zahlt, verprügel ich dich high und nenne es dann höhere Gewalt. Mit deinem Luhren schlag ich dir Augen und die Zähne aus, dann hat dein Ogermaur mehr Löcher als dein Lebenslauf. Wie einfach jeder weiß, ist dein Penis ziemlich winzig, doch du legst dich mit dein Blali an. Beni, wie die Vici, jede Mulle, mit der du schreibst, hat das sehr gut erkannt. Du verschickst Pimmelbilder mit dem Sperrgutversand. Sie mich einsteigern, Ideen, die Lorien zur Zeitreise und ich zweiteile mit dem Freischneider. Rietas Eileiter, chill mit Rudi in dem Skirchensfest im Hurenhaus und wir bangen die Scheiße aus jeder Hure raus. Ein Jahr älter als das Jahr, drei Dekaden nicht gepaart. Ich sag's dir nochmal, du bist dumm, faul und hässlich, deswegen wirst du dumme Sau als Jungfrau verrecken. Ein Jahr älter als das Jahr, drei Dekaden nicht gepaart. Ich sag's dir nochmal, du bist dumm, faul und hässlich, deswegen wirst du dumme Sau als Jungfrau verrecken. Ich vor der Schimmelschanze des fetten Winklers anhalt, bekommt der Lügenlord direkt wieder nen Schwindelanfall. Erzählt mir irgendwas von seiner Grundstücksgrenze und dass er diesen Scheiß absolut nicht lustig fände. Wirklich interessant, bitte erzähl ruhig mal weiter und lass dich nicht davon stören, dass ich Rudi dabei hab. Es hat nicht zu bedeuten, dass ich deinen Vater rumtrage und mit seinen Überresten mein Katapult lade. Ich werd die Drachenhitze und dann eine Waffe ziehen. Die Bullets sind klein und hart wie dein Klee bei Wassertieren. Ich bin Diener, deshalb werde ich dich abservieren und die Wände mit deiner wenigen Hirnmasse tapezieren. Leute fragen mich, warum ich das hier nun mach? Sein Gesicht ist ein Planet, denn es hat Anziehungskraft. Will ich nun den Kiefer dieses Ogres brechen? Folge ich doch einfach nur simplen Naturgesetzen. Ein Jahr älter als das Jahr, drei Dekaden nicht gepaart. Ich sag's dir nochmal, du bist dumm, faul und hässlich, deswegen wirst du dumme Sau als Jungfrau verrecken. Ein Jahr älter als das Jahr, drei Dekaden nicht gepaart. Ich sag's dir nochmal, du bist dumm, faul und hässlich, deswegen wirst du dumme Sau als Jungfrau verrecken. 2011 wollte ich 12.